Freunde, diesen veganen Tassen-Brownie mit Zucchini müsst ihr unbedingt probieren. Zucchini pro Brassfilm, Mehl in die Schüssel, Margarine, Apfelmus mit dazu, Backpulver, Kakaopulver, Rohrzucker dazugeben und hier ordentlich Vanillinzucker rein. Alles was süß ist braucht natürlich auch eine Prise Salz. Haferdrink. Teig kommt jetzt in die vorgefetteten Tassen. Zum Schluss noch Puderzucker drüber. Wie unfassbar saftig.